Und dann Moinzen zu mal wieder den VfB News, ist schon ein Ticken länger her, deswegen auch einige News hier am Start, wie immer alle im Summling in der Videobeschreibung verlinkt. Wir fangen an mit ein bisschen Jugend, machen weiter mit einigen, einigen Transfergerüchten und am Ende so ein bisschen noch gemischte Werke. Wir fangen an, U17, haben viele mitbekommen, wahrscheinlich auch viele gesehen, lief tatsächlich sogar bei Sky, dieses Halbfinale für die Deutsche Meisterschaft gegen Berlin von der U17, lief sogar bei Sky und lief dann auch sehr erfolgreich. Hinspiel 1-0 gewonnen zu Hause, das auch sogar für 1.500 Zuschauern im Gazi-Stadion, also sehr, sehr geile Kulisse da auch. Auch Malerazzo war am Start, hat sich das angeschaut, da kamen auch viele Running Gags, also dass die Jungs besser gekriegt haben, als wir es aktuell tun, da in der Profimannschaft quasi, ist auch schon was dran. Und eben genau U17, weil das ist man, wenn man 2005 geboren wurde, im Jahr 2022, ist man 17. Der ist aus dem Fünferjahrgang scheinbar, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht dermaßen Einblicke, aber der soll scheinbar komplett abgefahren sein. Und man sieht es ja an den Leistungen, Staffelmeister geworden, recht problemlos, jetzt hier im Finale der Deutschen Meisterschaft, also richtig, richtig geil. Da haben wir einige, einige, ja, dicke Aktien bei uns in unserer Jugend, dicke, dicke Talente unserer Jugend am Start. Wenn auch selbst Sky dann berichtet, U17-Talent Laurin Ulrich im Fokusvergleich mit Wirtz stillt ein 17-Jähriger Stuttgars Sehnsucht. Wenn selbst Sky sowas schreibt, da ein kleines Portfolio gefühlt aufmacht zum Thema Ulrich, Wahnsinn. Selbst da im Transfer-Update drüber gequatscht hat, also, ja, wir haben ja schon einige. Genau, wir müssen wieder gucken, wie es dann um die Durchlässigkeit aussieht. Wir hatten schon oft richtig geile Jugendteams, Jugendmannschaften, aber die Durchlassung in die erste Mannschaft natürlich irgendwie nicht so hoch gewesen. Wir hatten schon früher abgeworben an Leute, da muss halt aufpassen. Aber, ja, U17 ist eh noch ein bisschen weg, ne, aber vom Alter her und der ersten Mannschaft her, so in dem Vergleich, aber, ey, das könnten die nächsten Gomez, Khediras oder, ja, keine Ahnung, Werners, Kimmichs und was auch immer sein, die da hochkommen. Den nächsten Hildebrand, um mal den Vergleich zu spinnen, auch wenn der wahrscheinlich vom Torwartstil wieder anders ist, keine Ahnung, haben wir schon mit Dennis Simon im Kader, auch U17, soweit ich weiß. Ich glaube, er hat auch schon mal nur 19 geschnuppert, glaube ich zumindest. Da wird sogar auf so Scouting-Dingern halt auf Twitter und so weiter geschrieben, dass das mit eins der größten Torwarttalente in Deutschland ist aktuell. Der wurde auch dermaßen häufig gelobt, rund um dieses Pokal-Halbfinale, also nicht Pokal, sorry, Meisterschafts-Halbfinale von der U17. Da haben wir scheinbar auch einen grandiosen Torwart, der da hochkommt. Wir haben ja eh schon einen mit Schock aus der eigenen Jugend, der hochgekommen ist, jetzt auf der 3, ist, glaube ich, was Torwart-Ranking angeht. Wie gesagt, wenn wir da jetzt im Sommer tatsächlich einen neuen Keeper holen, irgendwie vom BVB, könnt ihr auf die 2 hüpfen oder bleibt auf der 3 oder vielleicht wechselt er ja doch, keine Ahnung. Aber wir haben da auch schon einen aus der Jugend, mal gucken, ob der auch mal beim VfB zum Zug kommt. Aber mit Dennis Simon haben wir scheinbar nochmal einen in der Hinterhand, der scheinbar jetzt schon extrem, extrem stark ist. Und wir sind in der Meisterschaftsfinale. Das zur Vollständigkeit, 2 zu 1 gewonnen, auch das Rückspiel in Berlin. Und eben da auch, Doppeltorschütze Laurin Ullrich. Finale der Deutschen Meisterschaft gegen Schalke, die Knappenschmiede. Also zwei richtig geile Jugendarbeiten gegeneinander. Am 8. Mai tatsächlich, also schon am Sonntag. Ich weiß gar nicht, wann genau die spielen, aber eben am selben Tag wie auch unser Auswärtsspiel in München. Gehen wir mal kurz zur U19 weiter. Da haben wir jetzt ein paar Tage mal eine Linksverteidiger gehabt im ersten Training. Also im Training der ersten Mannschaft, also der Profimannschaft. Das ist schon mal ganz geil, weil die Position wird ja recht wahrscheinlich frei werden im Sommer. Oder mehr oder minder frei stehen im Sommer, wenn Sosa dann weg ist. Die Frage, was passiert mit Nola und so. Aber der kam ja auch nicht zum Zug. Und wirklich Talente oder vor allem Sturm hast du auch Talente im Mittelfeld oft. Auch auf dem Torposition, aber so Außenverteidiger. Das wäre schon sehr, sehr geil, wenn wir uns quasi sehr was heranzüchten würden. Das wäre schon sehr, sehr geil. Deswegen habe ich es hier noch mit erwähnt. Unser Ex-Trainer Hannes Wolf hat die U19 am Start von Deutschland. Und mit dabei sind Mathis Hoppe, Lukas Laubheimer, Robin Littig und Davino Knappe. Das ist so die aktuellste News von heute noch. Es sind wirklich, wie gesagt, ein paar ältere News auch dabei. Die letzte VfB-News war ja irgendwie rund ums Main-Spiel. Davor irgendwie so grob. Aber war eben einiges anderes zu besprechen in der Zwischenzeit. Was auch wieder stattfindet, ist der Bundesliga Cup. Der Sparkasse Bundesliga Cup. Der A-Union findet im Juli statt. Das ist dann, glaube ich, auch wieder was für die U19. Aber da sind eben auch wieder richtig geile Jugendarbeiten dabei. VfB, Dortmund, Frankfurt, Schalke, Hoffenheim, Berlin. Sportfreund in Schwäbisch. Und eben auch das große Manchester United. Das ist sehr, sehr cool für Leute, die da Bock drauf haben. Das ist ja oft so gewesen, dass wirklich ganz, ganz große Talente auch in irgendwelchen Hallenturnieren und sowas zu sichten waren. Mir fällt gerade den Namen nicht ein, aber da ist ein Kollege von Rapid Wien, der dann zu Barca ist und so Geschichten. Demir heißt er, glaube ich. Genau Demir war es, glaube ich. Ich glaube, der ist auch wieder zurück jetzt bei Wien zurück. Aber der war ja mal bei Barcelona zumindest ausgeliehen kurz. Da kamen schon sehr, sehr viele dicke Talente raus, die halt gefühlt da auch groß gesichtet wurden in so Hallenturnieren, die wir da immer wieder auch erfolgreich bestritten haben als VfB. Gehen wir zu U21 hoch. Da war zum Beispiel in einem Spiel gegen Gießen Schock. Klimovic, Fahir, Casanaras und Ekloff. Alle dabei im Kader, manche in der Startelf davon. Da ist schon wirklich ein ordentliches Brett, was die ja in der U21 mit runterbekommen an Spielern. Auch so ein Klimovic kommt gefühlt nicht mehr hoch. Auch ein Fahir kommt gefühlt nicht mehr hoch. Ekloff auch lange nicht mehr im Kader gewesen bei uns in der ersten Mannschaft. Casanaras ist ja ab Sommer geplant. Also da ist schon sehr, sehr viel Profikader auch in der U21 unten. Bei der lief es ja auch nicht unbedingt so gut. Jetzt haben sie sich mittlerweile gefangen. Sind, glaube ich, weitgehend raus aus dem Abstiegskampf. Aber schon krass, was wir da denen runterschicken in U21. Mal gucken, was da mit den Leuten passiert. Auch ein Fahir spielt sich ja eigentlich gerade schon irgendwie wieder so ein bisschen auf dem Radar. Also klar, zweite Mannschaft, U21 ist klar. Das ist nicht das Niveau auf der ersten Liga. Aber er scheint sich ein bisschen zu fangen. Trifft da, hilft da, also keine Ahnung. Ich würde ihn schon mal wieder gerne irgendwie wenigstens im Kader sehen in der ersten Mannschaft. Wenn man sich gerade das Gegurke da in der offensiven Hinsicht anzieht, dass bei uns da oftmals gerade abgeht. Alu Kohl haben wir ja ausgegangen nach St. Tausend. Und er hatte nun endlich, nun endlich, endlich, endlich seinen allerersten Kaderplatz errungen gegen Schalke am vergangenen Wochenende. Kam auch rein im 79. Stand es noch 0 zu 1. Dann kam es 1 zu 1. Dann kam es in der ersten Minute, Siegtreffer von Schalke. Pure Ekstase, war völlig verrückt. Und dann eben noch danach hat Kohl mal so richtig einen mitgenommen. Ich glaube, Ove Jan war es, hat ihn komplett weggemäht und glatt rot. Also das war, ja, spannendes, spannendes Kohl-Kader und auch eben dann, ja, Einwechslungsdebüt für Sandhausen in seiner Laie hier nach Sandhausen. Direkt mit einer roten Karte runter nach ein paar Minütchen, indem er erst reingekommen ist. Ja, das ist nicht so erfolgreich. Zwei Spiele haben sie noch in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wie lange diese rote Karte gilt. Wahrscheinlich wird er auch keinen Einsatz mehr machen. Dort kann man drüber sprechen, wie sinnvoll diese Laie nach Sandhausen am Ende des Tages war, die ja dann zur Rückrunde kam. Bleiben wir mal mit dem Thema Transfers. Da haben wir einige Tabs hier oben offen. Da habe ich einige Tabs offen. Wir fangen an mit Wimmer. Nichts, was uns angeht, aber Wimmer wechselt von Bielefeld zu Wolfsburg. Der Transfer an sich geht uns nichts an, aber eben, wenn man es weiter strickt, nehme ich auch die Frage, wo es soll denn dann Mammusch spielen, weil die haben ja auch da vorne einen Wind geholt in so Geschichten, Wolfsburg. Mammusch würde im Sommer zurückkehren zu Wolfsburg, das wissen wir ja schon. Interesse ist scheinbar hinterlegt. Mal gucken, wie hoch das Interesse noch ist am Ende des Tages, wie viel er kosten würde. Gerücht ist ja eh, dass er am ehesten nach England wechseln wird. Aber auch hier, der nächste Offensivspieler, der kommt von Bielefeld nach Wolfsburg. Also Mammusch hat eigentlich auch absolut keinen Platz in diesem Wolfsburg-Team im Sommer. Wer bei uns irgendwie auch immer wieder einen Platz hatte auf der Bank, aber auch nie gespielt ist, Ömer Bayers. Und da gab es auch türkische Berichte, dass er natürlich nicht unbedingt zufrieden ist damit. Das ist immer schwierig, so türkische Artikel oder generell ausländische Artikel dann wieder mit Google-Übersetzer und sowas übersetzen zu lassen. Aber so die Quintessenz sollte ja recht klar sein, wenn das weiter so kacke läuft. Ich glaube, direkt gesprochen über eine Rückholaktion geht es jetzt nicht, von wegen er wechselt dann zurück zu Fenerbahce oder sowas. Aber ja, zumindest irgendwie, dass er ausgeliehen wird oder sowas, oder halt im Sommer einen anderen Weg sucht. Ob es jetzt ein rechter Transfer ist, keine Ahnung. Ob es irgendwie eine Laie ist zurück in die Türkei oder sowas, würde ja vielleicht durchaus Sinn machen. Da steht scheinbar schon irgendwo im Raum, weil logischerweise ist er unzufrieden. Der spielt da gefühlt nie. Machen wir weiter, wenn er tapen will. Er will, Entschuldigung, die nächste Laie nach Schalke. Spielt sich da langsam auch recht rein. Also am Anfang hat er auch nicht so oft gespielt, aber spielt sich langsam echt rein. Und bietet eben das, auf was Schalke Bock hat. Identifiziert sich, gibt Vollgas, gibt auch geile Säme da im Sandhausen-Spiel, wo er einfach leidenschaftlich dabei ist, Mentalität dabei ist, für das Wappenspiel halt so. Genau, und würde auch scheinbar gerne auf Schalke bleiben, sagt der Berater von Schuldenhoff. Hier gibt es wirklich wieder einige News oder einige Twitter-Dinger, die man natürlich immer automatisch übersetzen muss, aber es ist jetzt kein großer Stress. Von VfB Stuttgart Brasil. Voll geil. Richtig geiler Account. Gibt es gefühlt die Transfer-News am schnellsten. Sehr, sehr geiler Account hier, VfB Stuttgart Brasil auf Twitter. Und Schuldenhoff kann ich mir gut vorstellen, dass er auf Schalke bleiben könnte. Also die haben, soweit ich weiß, keine Optionen für nichts. Also sie können nicht direkt von selbst aus kaufen, sondern müssten eben nochmal an den Tisch mit uns, mit Mislintat im Sommer. Keine Ahnung, was wir da für eine Ablösung mal rausholen könnten von dem Schuldenhoff. Aber würde mich nicht wundern, wenn der auf Schalke bleibt, gerade wenn sie aufsteigen, würde mich das nicht wundern. Wer auch durchaus erfolgreich spielt in seiner Live-Phase, nämlich bei St. Gallen ist ja Maklitsa, unser Innenverteidiger. Der macht da seinen Job scheinbar sehr, sehr gut. Da ist immer noch die Ungewissheit, hat der da jetzt eine Kaufoption drin? Haben wir eine Rückkaufoption? Keine Ahnung, auf jeden Fall einer, den man auch in Sachen Innenverteidigung, wo wir nicht unbedingt allzu breit aufgestellt sind, schon nochmal gucken dürfte im Sommer, was sich da so tut. Ob man den vielleicht doch dann, wenn wir eine haben, ihn zurückkaufen müssen. Oder vielleicht müssen wir es ja auch gar nicht, weil er eh keine Kaufoption hat. Das ist ja so ein bisschen unklar bei Maklitsa. Und wenn wir dran sind, Thema Verteidiger weiterhin ist Dimitrios Nicolaou von Spezia aus Italien. Weckt das Interesse von drei Bundesligisten. Stuttgart, Frankfurt und Freiburg. Griechischer Innenverteidiger. Das ist natürlich ein Ding. Dinos und der zusammen. Griechische Innenverteidigung wäre natürlich nicht schlecht. Aber natürlich auch erstmal in allererster Linie nur ein Gerücht. Aber nach Innenverteidigung umschauen ist natürlich ein Ding, was wir schon durchaus machen dürften. Das hier auch. Bundesliga-Raditionsklubs wollen Mikel, Brenzis. Das sind wir eigentlich wieder beim richtigen Miss-in-Touch-Schema. Jetzt sind wir eigentlich wieder in Frankreich. Liga, Schlusslicht, Metz. Rechtsverteidiger brauchen wir auch. Wir haben wirklich auf den Außenverteidiger-Positionen haben wir faktisch eigentlich nichts so. Außer eben von mir aus ein Stänzel und ein Sosa. Das war es gefühlt von denen, die wirklich auch gespielt haben. Mola und so weiter. Aber 18 Jahre alt. Der Kollege ist auch wieder sehr, sehr jung. Ein Jahr Restvertrag steht hier bei Fußballtransfers. Mal gucken. Also können natürlich auch andere Vereine wieder Bock drauf haben. Auch Atalanta Bergamo und sowas. Also der scheint nicht verkehrt zu sein. Kann was wir für Karten haben bei dem. Aber es klingt immer nicht verkehrt, einen Außenverteidiger holen zu wollen. Ist natürlich wieder dasselbe Thema wie immer. Talent, 18 Jahre alt, kommt aus Frankreich, schlägt er ein, schlägt er nicht ein. Müssen wir gucken. Lüttich-Talent. Tori sind wir auch dran. Auch wieder Abwehr-Talent. Also der Hauptaugenmerk liegt schon auf der Abwehr, was ja durchaus Sinn macht. Standard Lüttich steht dann noch bis Sommer unter Vertrag. Der Kollege ist 17. 17. Auch Lille, Lyon und Angers sind dran. Also vor allem französische Klubs sind dran. Ja, belgische U18-Nationalspieler. Wieder selbes Thema. Wahrscheinlich ein Riesentalent. Sonst wird man auf den nicht gucken. Klingt aber danach sehr wenig, bis eben gar kein Geld. Weil letztes Mal war es jetzt hier ein Jahresvertrag. Hier ist es jetzt abhüssefrei im Sommer, weil eben der Vertrag ausläuft. Bin ich mal gespannt. Auch der, wie gesagt, der ist 17. Der andere ist 18. Ob die direkt was für den ersten Kader sind oder eben doch ihre Schritte über U19, U21 machen, ist dann eben auch wieder die andere Frage. Wir kommen zu was. Ohne die anderen jetzt irgendwie runterreden zu wollen, die ganzen Talente. Aber wir kommen jetzt zu einem richtig dicken Brocken, nämlich Dinos Mavrobanos. Und auch recht aktuell, von vor ein paar Tagen. Er will wohl gerne mal wieder in England spielen. War ja auch da schon bei Arsenal. Dann eben zu uns. Und weiterhin, so wie es immer berichtet wurde, wir haben im Sommer die Option, für ihn 3 Millionen zu zahlen. Und diese Option haben wir bei Klassenerhalt. Und die Option haben wir auch bei Abstieg. Also ich glaube, die werden wir so oder so ziehen. Bei Klassenerhalt wäre es eben das Ding, vielleicht kannst du es uns sogar halten, dann eben mit der Sicht auf Bundesliga-Alltag und Stammspiel bei uns. Wenn wir absteigen, dann wirst du dich auch ziehen, aber ihn halt direkt wieder weiterverkaufen. So ist einfach so. Weil dann wirst du das Geld wahrscheinlich wieder brauchen. Und hier West Ham, aktueller Gegner von Frankfurt, im Halbfinal der Euroleague. Letzten Jahre haben sie echt einen guten Weg gemacht, West Ham dort. Also die waren auch mal länger im Abstiegskampf. Jetzt spielen sie wieder oben eher mit um das europäische Geschäft. Ob sie sich dafür qualifizieren, ist das ja, ist glaube ich ein bisschen enger, aber könnten es auch wieder schaffen. Und die bieten scheinbar 21 Millionen Pfund im Sommer. Und das sind umgerechnet knapp 25 Millionen Euro für Mafropanus. Klar, vorausgesetzt, wir steigen ab, da geht die bestimmt noch mal ein paar Ticken runter, werdet einfach ein bisschen ab, der Abstieg, weil sie merken, die brauchen eh das Geld, die sind abgestiegen. Dann kriegst du halt von mir aus 20 und nicht 25, jetzt mal ganz übertrieben gesagt so. Aber wir hoffen ja alle, dass wir drinbleiben. Auch wenn es die Relegation sein muss, völlig egal, drinbleiben. Und dann 25 Millionen. Also so gerne ich ein Dinos habe und so cool es auch ist, dass wir ihn für drei Millionen im Sommer bekommen und dann könntest du auch die Perspektive zeigen. Das ist ja auch einer, dass er sich scheinbar zu uns bekennt und so weiter. Aber 25 Millionen. Also das ist halt schon richtig, richtig Asche. Das ist halt wirklich krank. Das ist halt eine Sphäre von einem Sosa. 25 Millionen Ausgleiche bei dem Sosa. Und der ist rein von der Position her, würde ich sagen, noch ein bisschen rarer als ein Dinos ebenso. Also wenn wirklich da West Ham rankommt und 25 Millionen zahlt, die Engländer zahlen gerne mal einen Ticken zu viel, ohne jetzt Dinos abwerten zu wollen. Aber das ist schon eine ordentliche, ordentliche Summe für Mafropanus. Ich müsste jetzt hier mal ganz kurz live gucken, was der Kollege für einen Marktwert hat. Ich meine doch, dass der bei irgendwie 17, 18 Millionen liegt. 17 Millionen, genau. Das glaube ich immer noch. Außer er wurde jetzt überholt mittlerweile wieder von irgendwem, von Manulas oder so. Aber ich glaube nicht. Der höchste oder der Krieche mit dem höchsten Marktwert sein. 24 Jahre alt ist er. Aber trotzdem, 25 Millionen, den musst du eigentlich abgeben. Also sage ich, wie es ist, musst du eigentlich abgeben. Ich würde ihn auch gerne halten, so an und für sich, vom Spieler her, von der Person her. Aber wenn du rein diesen Batzen an Geld anguckst, kannst du da Gefühl, glaube ich, nicht Nein sagen. Bei Dinos und 25 Millionen. Könnt ihr mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen, was ihr zu der Thematik sagt. Thiago Tomasch ist noch ausgeliehen bis Sommer 2023. Wir wissen ja, die Kaufoption liegt bei 14, 15 Millionen, die wir ziehen können dann. Was aber jetzt auch immer wieder aufkommt bei ihm. Ich meine, er hat auch einen Vertrag, oder sein Laie würde auch in dem zweiten Jahr gelten. Ob es soweit kommt, ist aber, glaube ich, sehr fraglich, weil scheinbar Sporting eine Rückrufklausel hat in seinem Laievertrag. Bei denen geht es im Sommer scheinbar eh das Limani, was auch ein Stürmer ist. Da müssten sie vielleicht eh ein bisschen umdenken in der Position bei denen bei Sporting. Scheinbar haben sie eine Rückrufklausel in den Laievertrag aufgenommen. Ich kann es mir tatsächlich auch schwierig vorstellen, dass ein Tomasch mit runtergehen würde. Jetzt gar nicht, weil Tomasch der Überspieler bei uns ist, aber rein, wie gesagt, wie es auch hier steht quasi, aus der Sicht von Sporting, dass sie sagen, ey, Laie war schön, aber ich schicke dir nicht in die 2 Liga. Den holen wir zurück und leihen zur Not woanders aus, wo er höher spielen kann. Dann kam jetzt auch vom Kicker die Meldung. Genau das Gleiche. Ausliegen bis 2023 im Sommer. Wir können für rund 15 Millionen fest verpflichten. Rückholoption von Sporting steht auch mit drin. Aber was jetzt auch mitkommt, diese Rückholoption könnte der VHB wiederum kontern und ihn für eine Summe, die bei 12 bis 13 Millionen Euro liegt, fest verpflichten. Das heißt, wenn wir absteigen sollten und Sporting sagt, ey, Kollegen, da haben wir keinen Bock drauf, den holen wir zurück, dann können wir sagen, nö, haha, wir haben eh Geld. 12, 13 Millionen, dann holen wir halt jetzt schon. Dann können die machen, was sie wollen. Dann kaufen wir halt jetzt schon für 12, 13 Millionen. Ich weiß nicht, ob aus dieser Info vom Kicker da jetzt rausließen kann, dass wir das Geld hätten, die 12 bis 13 Millionen. Ich glaube es irgendwie nicht. Und das klingt auch ein bisschen utopisch, dass du absteigst und dann den Tomasch im Sommer nach einem halben Jahr für so wichtig hältst und dann sagst, nee, die sollen den nicht zurückholen. Ich hole den jetzt für 12, 13 Millionen Euro und gehe mit dem in die 2. Liga runter. Also, ja, ich glaube, es ist einfach nur eine Option, die wir haben. Ich bezweifle, dass wir sowas ziehen werden. Das würde mich schon sehr, sehr wundern bei Tomasch. Wir machen weiter. Nächster Stürmer, Sascha Kalajdzic. Wie gesagt, der wird auch so gut wie sicher weg sein im Sommer. Aktueller Marktwert, 22 Millionen. Vertrag läuft bei Kalajdzic ja noch bis 2023, also für den nächsten Sommer aus. Gerüchte haben wir immer wieder gehabt. Auch die Sportbild hat Kalajdzic wieder auf die Liste von den Bayern gesetzt. Auch der hat gesagt, wie man es halt so immer sagt, ist mir eine riesengroße Ehre und Bestätigung für meine Leistungen und blablabla und macht mich stolz, dass ich Bayern, dass ich mit dem überhaupt in Verbindung gebracht werde und so weiter. Zurzeit aber nur am Klassenheit interessiert. Das Klassische halt so. Die andere Frage ist eh, ohne jetzt irgendwie böse werden zu wollen, aber wer gerade richtig viel Kohle für Kalajdzic ausgeben will, weiß ich nicht, wer sich aktuell die Leistungen anguckt. Da muss man schon als Klub, der ihn holen will im Sommer, dann eher auf die letzte Saison hoffen, auf die Leistungen. Scheinbar sowieso nicht Deutschland oder sowas gefragt, also von der Liga her. Er wird uns weiterhin wohl sehr sicher verlassen, aber er träumt wohl eher von England oder von Italien. Borna Sosa, Marktwert 20 Millionen, Vertrag läuft dann bis 2025, aber auch der scheint ja am Sommer so gut wie sicher weg zu sein. Wir wissen von dieser Klausel von 25, also nicht Klausel, der Absprache, dass er im Sommer für 25 Millionen gehen darf, wenn eben ein Klub kommt mit der Ablösesumme und das alles passt. Auch hier nochmal die Bestätigung, dass Aston Villa dem VfB im Winter ein lukratives Angebot gemacht hat, Sosa zu verpflichten. Doch der hat sich damals im Winter noch geweigert, den Verein zu wechseln und hat auch dann direkt gesagt, wir wollen zusammen in der Liga bleiben. Er hat keine Sekunde über diesen Transfer nachgedacht. Nachgedacht kam jetzt auch die Aussage von Miss in Touch scheinbar, genau zu dem Thema, dass ein Angebot für Sosa kam und er dann gesagt hat, nö, mach ich nicht, ich werde in der Liga bleiben und dann kam wohl gefühlt im nächsten Satz, oder würde ich mal vorstellen, wie so Gespräche laufen, gefühlt im nächsten Satz so, hm, wenn ich mal weiter so gut kicke, du im Sommer, gucken wir mal und dann kam wahrscheinlich diese Absprache da zustande. Scheinbar mischt auch der BVB mit bei der Sosa-Aktie, wobei die halt auch wieder bei vielen mitmischen, auch Benze Baini, die mischen auch bei David Rau mit in so Geschichten, also fraglich, wie detailliert das ist von BVB, während hier gerade live die Meldung reinfällt, dass sie jetzt offiziell Schlotterbeck geholt haben scheinbar, kurzer Off-Talk, nicht VfB, aber was ich krass finde, Scheinbar Freiburg daran interessiert, oder drauf und dran, dann Ginter zu holen als Ersatz, das wäre schon mal irgendwie nochmal eine andere Schublade, als das, was man von Freiburg erwarten würde, also das finde ich schon krass, wobei ich dann auch auf den zweiten Blick gesehen habe, warte mal, Freiburg spielt sicher europäisch nächste Saison, Gladbach im Leben nicht, das wäre sogar wirklich ein Upgrade für den guten Herrn Ginter, aber trotzdem so eine Kategorie, Schlotterbeck weg und dann kommt halt irgendwer aus der Jugend oder irgendein Talent oder so zu Freiburg, nö, die holen halt ihren Ginter zurück, der noch mit Bayern und mit, was weiß ich, Inter Mailand und sowas in Verbindung gebracht wurde, finde ich schon heftig, so der kurze Off-Talk, nachdem es hier gerade live reinkam, dass Dortmund scheinbar das Schlotterbeck-Ding offiziell gemacht hat, Barca war auch im Gespräch zum Thema Sosa, die sind aber auch an Gaia interessiert, auch an Jalinho interessiert, Nachfolgerkandidat bleibt weiterhin Ritwan Yilmaz von Besiktas, den wir scheinbar seit zwei Jahren beobachten, wie gesagt, dabei auch Frankfurt dran, dann kam die Meldung, dass Borna Sosa aktuell keine Option von Barcelona ist, vor allem eben auch, weil es einfach zu viel Geld ist, mal weiter mit Orel Mangala, der scheinbar auch in Spanien beliebt ist, sagen wir es mal so, auf jeden Fall kam jetzt hier von Sky, das Gerücht, dass scheinbar Atletico Madrid interessiert daran sein soll, Mangala zu holen, aktueller Marktwert 15 Millionen, Vertragläufe seit 2024, das ist auch noch recht lange, mal gucken, mal gucken, wurde scheinbar bei den Spielen gegen die Bayern und gegen Dortmund zur Personalmannschaft beobachtet von Atletico, wäre natürlich ein absolut cooler, cooler Klub, also so ist es nicht, das wäre ein cooler Klub als Abnehmer, finde ich auch immer irgendwo wichtig für das Gefühl, so als Fan, dass eben seine Spieler, seine Topspieler eben auch zu coolen Klubs wechseln, so und nicht alle irgendwie zu Bayern wechseln, doof gesagt, aber natürlich auch Atletico und nicht nur Mangala fürs Mittelfeld im Auge, auch Bubaka Kamara von Marseille und noch einen anderen Kamara von Salzburg am Start, also auch starke Alternativen, eine Alternative für uns könnte werden, Nikolas Nathai, den haben wir vorverlängert, bis 2025, der könnte ja vielleicht perspektivisch dann, wenn er auch mal hoffentlich verletzungsfrei bleibt, und Mangala tatsächlich auch positionsmäßig ersetzen und ganz zum Schluss auch ein aktuelles Ding von heute, scheinbar hat Barcelona auch Kontakt zu Pablo Maffeo aufgenommen, der ja noch an uns ausgeliehen ist, ich weiß gar nicht, wo jetzt gerade sein Klub steht, weil da ist ja glaube ich auch so das Ding, wenn die drinbleiben, Klassenhalt, dann ziehen sie automatisch ihre Klausel, dann ist er bei dem Verein, dann ist die Akte, die Akte Maffeo endlich vorbei, so das Drama, aber ja, wenn er Barcelona kommt, auch interessant, das heißt sie sind an Sosa dran und an Maffeo dran, da hat er wohl, da hat ja Reschke absolut alles richtig gemacht damals, das ist die Zukunft von unseren Außenverteidigungen in Europa, hat ein paar Jährchen gedauert, drei, vier Jährchen gedauert, aber ey, Sosa und Maffeo beide im Gespräch bei Barca, wildes, wildes Ding, aber gut Maffeo, das ist Spanien, passt wohl bei dem Kollegen, so, wir kommen jetzt zu, ja, dem Restemix so ein bisschen, gemischten Werken, Nummer eins, war uns allen irgendwo klar, ist leider auch passiert, ein Kungu hat den Bunziger Player of the Month gewonnen, geführt die 2 Milliarden Special Card mit der 91, langweiliger Scheiß, aber war klar, dass das leider keiner von uns schaffen wird, von den VfB-Spielen, nachdem eben auch leider drei Stück, glaube ich, zur Auswahl standen und sich eben auch die Votes wahrscheinlich verteilt haben, wäre besser, wenn wir nur einen hätten und alle VfB-Fans den gleichen voten könnten, ähm, das ist halt einfach ein bisschen schade, ne, muss man einfach so sagen, dafür natürlich sehr, sehr cool, dass wir auch für das Bunziger Tots ein paar Spieler am Start haben, für die wir voten können, ähm, das dürften, glaube ich, Sosa und Endo gewesen sein, äh, die man ins Team wählen konnte, ähm, habe ich auch gemacht, habe ich auch auf Insta und so weiter gepostet, ähm, genau, mal gucken, ich denke mal Endo, naja, Sosa vielleicht, wobei es da eben auch wieder viel aus dieser FIFA-Sicht kommt, ne, dieses Ding von wegen, äh, geil, ein Davies, ein Davies, der im Leben keinen Timothy Season verdient hat oder sowas, die gucken halt wahrscheinlich nur auf die FIFA-Karte und ich sage, oh, geil, Davies, Pace, ich wähle einen Davies, gibt auch einen Raum noch und so, also wird schwierig, aber wenn, dann hat, glaube ich, Sosa mit die, mit die höchsten Chancen darauf, ähm, ins Tots zu kommen, auf Twitter haben wir nun einen Sascha Kalajcic-Account, seit dem 27. April, hallo Twitter, da ist jetzt echt die große Frage, stimmt das, stimmt das nicht, ist das ein echter Account, ist das kein echter Account, ist so ein bisschen hin und her, so manche Tweets sagen dir, Jo ist ein echter, manche Tweets sagen dir, Nö ist kein echter, ähm, offizielle Bestätigung, weiß ich nicht, ob es die gibt, es gab ja damals auch das Thema, oh, warte mal, ist der Instagram-Account von Missiltat echt, da kann man recht schnell die, ja, er ist echt, mal gucken, was bei Kalajcic passiert, ähm, der darf künftig auch unter Ralf Rangnick trainieren, weil der Kollege wird hier in seiner assistierenden Rolle dabei menu bleiben, aber eben ab Sommer tatsächlich, äh, oder, weiß ich nicht, ab Sommer, ab jetzt halt quasi, äh, Trainer von der österreichischen Nationalmannschaft werden, der gute Ralf Rangnick, ähm, auch sehr cool, weil ich auch, äh, habe ich auch selber noch gesehen hier, bei meinen VfB, die Aktion, ähm, gab eine Versteigerung von Sneaks, ähm, nämlich einfach einen geil designten VfB-Sneaker, so, äh, das wurde eben, ähm, ja, versteigert, und die ganzen Erlöse gehen jetzt an einen guten Zweck, 465 Euro war das Höchstgebot für das Ding, ähm, glaube ich in der Kneipe und so, ist auch nochmal schlimmer, als wenn man im Stadion in der frischen Luft hockt, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus dem Ding, aber lustig, dass tatsächlich da richtig, äh, nachgeforscht wurde, ähm, kurz, nochmal zum Thema Zuschauer, zum Thema Ticketing, nämlich, äh, weil ich fand's echt krass, weil ich hab ja eine Mini-Dauerkarte geholt, im, äh, ja, Sitzplatzbereich, da kannst du ja geholt, also im billigsten Sitzplatzbereich geholt, die war bei 80 Euro, ähm, und jetzt zahlst du halt einfach, wenn man mal guckt, BVB war 30 Euro Einzelticket, Wolfsburg glaub auch 30 Euro Einzelticket, also in dem Bereich, äh, und Köln sind wir glaub sogar bei 32 Euro, das heißt, das heißt ja mit 92 Euro statt 80 Euro in Summe, äh, wenn man alle drei Dinger einzeln kauft, als halt die Mini-Dauerkarte, was ja so, glaub ich, vom Sinn her nicht angedacht war, ne, also ich nehm das mit, das ist ein geiler Move so, muss auch nie in Vorverkäufe reinschwitzen, ist ein geiler Move, äh, aber, ich glaub, das war ja so nicht angedacht, dass das, das soll ja nicht als Dauerkarte funktionieren, die auch Rabatte hat so, ähm, das war glaub ich nicht ganz Sinn der Sache, von dieser Mini-Dauerkarte, aber ist jetzt wohl so passiert, wir haben sie auch im Endeffekt dann irgendwie später nochmal die Preise hochgemacht, ähm, nachdem irgendwie die Mini-Dauerkartenpreise schon standen, ich hab absolut keine Ahnung, ähm, bin nochmal gespannt, wie es in Richtung Relegation ist, kommt mir gerade so, spontane Gedanke, weil, damals Relegation wurde ja die Dauerkarte mit einbezogen, also damals fürs Unionsspiel, das haben wir zubekommen für unseren Dauerkartenplatz, mussten nichts extra zahlen so, ich, glaub kaum, muss die das auch für Mini-Dauerkarte machen, das wäre irgendwie mies, das heißt, da muss man auf jeden Fall wieder, leider wieder rein in den Vorverkauf hüpfen, für das, äh, Relegationsspiel dann zu Hause, ähm, und eben auch auswärts, da ist sowieso ein Verkauf, ist ja klar, ähm, und auswärts, genau das richtige Sprich, genau das richtige Wort, ähm, härter auswärts, 2900 Gästefans waren in Berlin dabei, jetzt haben wir da auch die offiziellen Zahlen, mal kurz noch, äh, Hitzesberger, äh, der jetzt mal wieder eine längere Pause eingekündigt hat, nach dem VfB-Abschied, mal gucken, wie viel da am Ende dran ist, aber eben kam das aus dem Bild-Podcast Phrasenmäher, ähm, wo es wirklich, beide Teile auch schon online sind mittlerweile, äh, wurde ja in zwei Teile geteilt, einer kam am 19. April, der andere am 26. April raus, langes, langes Interview mit Hitzesberger, durchaus, äh, hörenswert, das gute Ding, unser Nachfolger, Werle, hat jetzt ein, äh, rausgehauen mit keinen zusätzlichen Transfererlöse notwendig, ähm, wenn wir absteigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gemeint ist, dass wir quasi keine zusätzlichen Transfererlöse brauchen, auf die, die wir eh planen, also, weißt du, so ein Sosa und so die gehen, oder ob er sagt, generell, weil wir eh scheinbar, ne, äh, Gehaltsstruktur, Vertragsstruktur und so weiter, ist alles gesund und haben, zweitiger Szenario, äh, ist, ist angemessen berücksichtigt worden und so weiter und dann dadurch, sagt er, sind keine zusätzlichen Transfererlöse notwendig, also, ja, ja, ob das stimmt, keine Ahnung, klingt irgendwie komisch, wenn du weißt, heißt ja immer, du steigst ab, okay, muss auf jeden Fall erstmal dick, dick Kohle einnehmen, so, ne, ähm, aber, gut, wenn man sagen, jetzt hilft das eh nichts, ne, dann gilt es halt einfach auch an der, ne, Klassenzugehörigkeit, also, nur weil wir keine Erlöse machen müssen, im Sommer heißt ja nicht, dass Sosa und Kalajitsch und so weiter bleiben, ne, die gehen ja auch so, auch wenn wir keine Erlöse bräuchten, die werden auch so wechseln, ne, das hängt ja nicht damit zusammen, äh, Alexander Werle übernimmt, Aufsichtsrat, Vorsitz der DFB, GmbH und Co. KG, das ist auch hier zur Vollständigkeit, für zwei Jahre an die Spitze des Aufsichtsrats, äh, berufen worden, auch eine interessante Nummer, ähm, und hier auch noch so ein bisschen off-Kontext, quasi, nochmal zum Thema Freiburg, warum auch immer ich hier gerade zum zweiten Mal draufgekommen, das fand ich auch sehr erwähnenswert, keine gemeinsame Sache mit dem Konstrukt, beim Finale, also Bokalfinale, verweigert der SCF konsequenterweise gemeinsame Fanartikel mit dem Gegner, außerdem wurde dem Gegner untersagt, das Wappen unseres e.V. zu verwenden, keine gemeinsame Sache mit dem Konstrukt, also, Hut ab, Hut ab Freiburg, Freiburg verbietet jegliche gemeinsame Sache, jegliche gemeinsame Promo-Gefühl, selbst Wappen und was auch immer, ähm, von, also, von sich, bei Albe Leipzig quasi so sehen, so, ne, so die gemeinsame Sache, gemeinsame Werbung zu machen, ähm, die wollen also absolut nicht irgendwie mit denen abgelichtet werden, im weitesten Sinne mit RB Leipzig als Gegner, bin ich mal gespannt, inwieweit das da läuft, inwieweit das funktionieren wird, ähm, und dann auch wie das Finale ausgehen wird, ähm, im D-Pokal, genau, unser Finale haben wir ja vielleicht noch, oder unser doppeltes Finale haben wir vielleicht noch mit der Relegation, mal gucken, das können wir also noch in anderen Videos, wenn wir dann genauer auf das Bayern-Spiel zugehen, und eben auch auf den Spieltag zugehen, äh, euch erwarten gefühlt wieder Daily-Uploads, natürlich auch die Champions-League-Streams und so weiter und so fort, ähm, in dieser aktuell hitzigen Phase hier zum Saisonende, ähm, ich wäre damit, glaube ich, raus, ich glaube, ich habe alle meine Dinger hier abgehakt, äh, alle Tabs sind durchgegangen, wir danken euch fürs Zuschauen, hier natürlich vor allem fürs Zuhören, lasst mir wie gesagt zu allen Themen eure Meinung in die Kommentare, und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.